Dippischmond sind in Berlin und geben ihre versprochenen Zugaben. Die Open-Air-Tour, die war enorm erfolgreich, das Olympiastadion im Sommer ruckzuck ausverkauft. Heute Abend spielen sie ihr erstes von zwei Zusatzkonzerten in der O2 World in Berlin. Auch die sind natürlich wieder restlos ausverkauft. Und hier wird auch gleich für die Live-DVD mitgeschnitten. Die Show läuft in diesen Minuten und wir haben hier die ersten Bilder aus dem Konzert. Und die Mischung aus 1A-Bühnen-Performance. Songs, die jeder kennt und den neuen Titeln, wie beim ersten Song Welcome to my World. Sie funktioniert auch diesmal. Musik Musik